Wie bekommen Besuch? Ihre Gestapo. Das kann ja lange dauern. Nehmen Sie noch was? Ach, echter holländischer Genera. Ja, Vorkriegswahl. Leutnant Thelen, Sicherheitspolizei. Holzer, Kapitän der Sanktserle. Zwei Herren von der Kriegsmarine. Heldetlapp. Heldetlapp. Eingelieckseln, Leutnant. Nein, nein. Sie haben eine holländische Mannschaft angeheuert. Die wollen wir kontrollieren. Alle. Ach, die sind noch nicht da. Sie wollen doch in einer halben Stunde ablegen. Stimmt genau. In 28 Minuten. Ich muss die gesamte Mannschaft kontrollieren. Ja, sonst können Sie nicht ablegen. Das entscheiden wir, Herr Leutnant. Wo sind die Leute? Kleinen Augenblick. Kommt mal. Dort. Absperren. Alles absperren. Alles absperren. Unten und oben aufstellen. Keiner geht an Bord. Achtung. Das ist eine Kontrolle. Das ist eine Kontrolle. Auf den Reib und Lieb und Tritt. Jetzt reicht's. Fürst damit. Das ist eine Kontrolle. Da geht's. Das ist eine Kontrolle. Das ist eine Kontrolle. Ja, ja. Was sind denn da? Nein, ihr werdet. Niemann. Sie sind ja besoffen. Völlig besoffen. Was? Was ist die? Wenn ich mich schrauben bin. Klop, klop, klop. Aua, was ich aber fahre, ha? Keiner geht an Bord. Wart, wart, niemand? Echt nicht. Nein, keiner. Keiner. Ah, Mann, ey. Wir machen in der Bordestrück nach der Krug. Sacken! Raus aus meinem Auto. Hurt mein Auto nicht an. Ihr Dreckschwein. Jetzt reicht's aber. Sie lassen die Leute sofort an Bord kommen. Sofort. Nein, ich habe Vollmacht. Ich kann sie festhalten lassen. Ein oder Wurfe? Wir haben unsere Anordnungen, Herr Leutnant. Sie können an Bord. Beide Männer an Bord. Ja, ja, ja. Wir haben unsere Anordnungen, Herr Leutnant, 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 Herr Leutnant. Achtung! Auf und weg, nicht auf und weg, nicht auf und weg. Achtung! 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 Ja, ja, auf und weg! Ich hoffe, dass Sie so dicht haben. Ja? Los an die Kessel! Schnell! Wir müssen auslaufen, bevor die es sich anders überlegen.